Da kommt aus der Schweiz Yannick Scherer, Spann Nummer 30. Next Starter, Yannick Scherer from Switzerland, carriage number 30. Jetzt haben wir nur das 4 auf 164. Ich kann uns nicht freuen, er bringt aus der Tourmarathon ein Ergebnis von 104. Hey, Fahwin und Scherer, gell? Das war die Glocke und der Startstreife Yannick Scherer aus der Schweiz. Aber jetzt sehen wir die Glocke, die gerade schon mal eine Ausatmenung aus der Schweiz haben. Haltsamen nicht. Okay, aber jetzt müssen wir jetzt hier und herrschen. Viele Tage sind uns immer wieder, und wir können jetzt hier mit dem Tod sein. Aber nicht nur die Möbel, das sind aber um das in den Ent制ung. Vielleicht haben wir schon über das Türen, bei dem Tod sind auch dabei, das ist ein Renniefer hinaus, auf das Türen. Und jetzt ist es eine Rennieferung, das ist eine Rennieferung des Türen. Also, es ist eine Rennieferung. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.